Ja hallo, willkommen im ZOLAR Studio. Ich möchte euch heute gerne etwas über Wallboxen erzählen bzw. Ladepunkte für Elektrofahrzeuge, wie sie auch genannt werden. Wallboxen gibt es in verschiedenen Preisklassen. Die günstigen laden einfach stumpf das Auto, was sie auch gut machen und was auch okay ist. Wir haben für unsere Photovoltaikanlagen spezielle Wallboxen, sogenannte Smarter Wallboxen, die eine Kommunikation zu der Photovoltaikanlage haben und in der Lage sind, einen Eco-Ladenmodus auszuführen. Das bedeutet, ich kann mein Fahrzeug an dieser Wallbox anschließen und stelle den Eco-Modus ein. Das bedeutet, dass nur überschüssige Energie, die sonst eigentlich ins öffentliche Netz zurückgespeist worden wäre, jetzt ins Auto geladen wird. Nicht mehr und nicht weniger. Damit wird mein Auto zwar langsamer geladen, aber nur mit meiner eigenen produzierten Energie. Wenn ich nach Hause komme und habe es eilig und möchte gleich wieder weiterfahren und das Auto muss geladen werden, kann ich jederzeit in den Boost-Modus wechseln und die Wallbox funktioniert genauso wie der andere Ladesäule, Ladepunkt auch. Die unterschiedlichen Hersteller und Wallboxen und wie sie zu den Photovoltaik-Systemen passen, darüber können euch unsere Beraterinnen Auskunft geben. Füllt einfach das Anfrageformular bei uns aus oder schreibt eure Fragen in die Kommentare. see you